so einen schönen guten morgen meine freunde auf maverick tv und zwar kommt unsere s2 erst in sechs minuten und da dachte ich mir drehen wir erst mal ein schönes unboxing video dazu begeben wir uns ganz kurzerhand mal hier zu diesem automaten und ich habe mir da schon einen guten artikel ausgesucht als gutes stückchen maxi bis cold made in italy cookies haben wir mal zwei erst mal hier ein nummer 26 da haben wir schon mal unseren cookie ganz kurz unser restgeld nachprüfen 120 stimmt jetzt gehen wir mal ganz kurz hier weiter ja was kann ich sagen auf jeden fall ziemlich groß extra dark von der firma falcone maxi bis cold made in italy ja und jetzt wird das gute stückchen hier aufgemacht und auf jeden fall ausprobiert deswegen hauen wir erst mal unsere GoPro hier oh kurze Hand mal hier drauf so ja Packung kann man ganz leicht aufmachen mit so einer unterlage wirklich ein sehr sehr ziemlich großer cookie ziemlich durchgefroren ja also schmeckt ziemlich ausgetrocknet muss ich sagen 80 Cent geht klar Größe geht klar dicke auch aber klar geht nicht dass es nicht so feucht schmeckt also es könnte ein bisschen ein bisschen es ist zu knussbricht aber ich glaube es wird deswegen steht auch diese bis gut bis gut bis gut wahrscheinlich liegt die schuld jetzt bei mir weil es genauso sein soll wie wie ein ziegelstein ja in diesem sinne schönen grüße von attila von der attila strasse erstbahnhof gleich geht es hier richtung neukölln meine freunde in diesem sinne euer maverick peace out auch Vielen Dank.